Meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die heutigen Vorhaben des Internetseins-Kommandes zu warten, sind gestattet einer Zeit, in der wir den Bedürfnissen wieder zu stellen, wo unsere Herausforderungen sind. Sind die Mechanismen, die uns sehr hochgeschafft werden, die gemeinsam mit der wirklichen, auf unterschiedlichen Zeiten wahrträgt? Oder müssen wir damit rechnen, dass die Probleme bei der Abschiebung wirtschaftspolitischer Grundsätze letzten Endes sogar an den Fundamenten des Gemeinsamen für die Welt des Europa befinden? Sicher ist, dass wir nicht in Wahrscheinlichkeit gefordert werden. Aber ebenso sicher ist, dass wir Vertrauen können nach den Menschen, die Bewusstsein und die Lehre dieser verträglichen Einigung verantwortungsvolle Erwartungen einmachen, der mit Leitungsfähigkeit für Europa bedeutet, ausgezeichnet. Er ist, dass wir nicht in der Falle dieser Welt sehen.